hey leute hier ist er wieder und ihr werdet es nicht glauben ich habe die nächste kanone erwischt aber ist meine meinung hört ihn euch einfach an wir werden ja sehen was dabei rauskommt ach ja noch ein ding in eigener sache ich danke euch für die ganzen abonnenten ich bin total glücklich dass ihr mir so ein positives feedback gibt ich versuche mich zu verbessern vielleicht für mich das ja noch ein bisschen besser wird aber jetzt lass es erstmal losgehen einsiedler ja ich ernähre mich hier so von bären und blättern und so geht es mir eigentlich ganz gut reporterin hast du denn keine frau einsiedler nee ich bin ganz allein reporterin und was machst du wenn du mal so richtig lust hast einsiedler dann suche ich mir ein astloch und dann geht das schon reporterin hast du nicht mal lust so mit ner richtigen frau einsiedler ja klar sie bückt sich und hebt den rock hoch er nimmt anlauf und tritt ihr voll in den arsch reporterin sag mal spinnst du einsiedler wieso ich muss doch erst prüfen ob eichhörnchen drin sind